Ab heute sind die Talentscouts der Fernsehshow Topstar gesucht in der Stadt. Du kannst singen. Hast du tolle Ausstrahlung. Ich bin Veronika Lüß. Du kannst gehen. Jetzt steh doch nicht klein, ich hab, Mann! Was machst du hier? Warum bist du nicht zu Hause? Warum, Mann, guck mal. Aber er wurde nicht erschossen, sondern erschlagen. Und zwar von hinten. Anja? Ist das nicht deine Ex-Frau? Jan, und wenn sie bei diesem Produzenten war? Wo soll sie denn sonst gewesen sein? Du bist hierher gekommen, weil Thorsten Brand dich angerufen hat. Du hättest alles für ihn gemacht. Aber dann bietet er dir einen Plattenvertrag an. Einfach so. Ihr habt ein bisschen mit Champagner gefeiert. Und dann kam Anja Maybach. Ja, was beweist denn das? Ich hab in dem Hotel angerufen, dass sie angeblich gezogen ist. Die kennen keine Anja Maybach. Jan! Du kannst doch nicht glauben, dass ich das gewesen bin, Jan. Sie ist da hingegangen, er hat versucht, sie zu vergewaltigen und dann hat sie zugeschlagen. Mann, das war doch nur ein Fake. Er hat dich beleidigt, dich in deiner Irre verletzt. Wer war der Mörder? Ich glaub, ich hab einen Riesenfehler gemacht. Ich hab sie untertitelt. otk Untertitelung des ZDF, 2020